Was ist das für ein Ort? Ich bin auf Mun's Schiff geschlüpft, das Richtung Thailand unterwegs war. Dann hörte ich über Funk, dass Mun mit einer Spionage-Mission betraut wurde. Dieses seltsame Raumschiff war auf dem Weg zu deinem Planeten. Mun ging und schaute nach. Als ich merkte, dass sie nicht zurückkam, kriegte ich Angst und kam, um dir zu helfen. Bleib hier, Yuki. Ich schaue nach, ob ich sie finden kann. Sei vorsichtig, Arko. Nimm für alle Fälle diese Zaubertränke mit. Danke, Yuki. In dem Mun. Untertitelung des ZDF, 2020 Arko, was machst du denn hier? Es ist sehr gefährlich. Das ist das Dämonenschiff, das uns auf Ancora angegriffen hat. Guck, ich habe die letzten Seiten der Geschichte gefunden. Der Dämon war einst ein Prinz. Jetzt wird er von den Traumfängerspinnen kontrolliert. Was will diese Spinne? Die Traumfängerspinne ist ein abscheuliches Wesen, das nach den Kleinplaneten sucht, um sie zu verschlingen. Sie will Dailan zerstören, um die Macht des Kristalls zu stellen. Wenn das Schiff deinen Planeten erreicht, wird der Dämon seine Position kennen und sie der Spinne verraten. Wir müssen ihn aufhatten, bevor es zu spät ist. Du hast neue Seiten der Geschichte der Prinz gefunden. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Töte sie mir nicht an, dass ich das sollege. Da bin ich auf dem Mund, nein, Mann. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das ist die Spine. Ich bin nun zichtbar. Argo, der Prinz des Nichts. Nenn mich nicht so. Es hat keinen Sinn, Widerstand zu leisten. Bald wird sie wissen, wo dein Kleinplanet ist und es gibt nichts, was du noch tun kannst. Schliess dich uns an, Prinz des Nichts und stell deine Magie in ihren Dienst. Ich werde mich niemals euch anschliessen. Thailand ist mein Zuhause und ich werde es mit meinem Leben beschützen. Nun, zusammen können wir ihn schlagen. Ja. 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 Ja, wir halten ihn fast. Du bist kein Gegner für mich, Bruder. Du bist der schwächste Prinz von allen. Nein! Arke der Schatten, der Trampfeinschminger reicht nicht. Sehr weit, du kannst nicht von ihr befreien. Du kannst dich nur erstellen oder sterben. Mein Planet wird niemals fallen. Du bist tapfer. Suche die Macht unserer Brüder. Drei Prinzen taten es und setzen die Magie ihrer Planeten frei. Drei andere Prinzen von vor dir scheiterten und wurden von der Spinne überwärmten. Heute endlich fühle ich mich. Frei. Du hast eine neue Seite der Geschichte der Prinz gefunden. Ja, und das war Diamond. Gut. 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 Blue Space Ships. Special Tanks Fixed off the volume by E-Campus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020